TV Übergner ist jetzt hier in Malsch. Hier ist die Pferdeballfahrt. Den Hauptverantwortlichen haben wir vor uns stehen. Stellen Sie sich mal bitte vor. Ja, ich bin der Herr Hill vom Verkehrs- und Heimatverein. Ich bin also schon über 40 Jahre lang hier mit beim Satteltrunk dabei. Dieses Jahr ist es ein kleines bisschen dünn besät noch, gerade mit den Kutschen. Aber Pferde sind also einigermaßen da. Aber wir stellen fest, es wird halt immer weniger, weil die Arbeit mit einem Pferd schon ziemlich ist die Woche über. Da kann ich also nicht einfach das Pferd reinstellen und am nächsten Samstag brauche ich es wieder, sondern ich muss das täglich bewegen auch. Und wir merken, die Jungen, die sind nicht so bereit, dieser Arbeit nachzugehen. Und so kommen wir also jetzt mit weniger Pferden aus. Wir haben als sonst 120 Pferde gehabt mindestens und so 16, 17, 18 Kutschen. Inzwischen ist das sehr geschrumpft. Aber wir sind also froh, dass wir diesen Tradition noch weiterführen können und inzwischen, wie gesagt, schon 55 Jahre mit dabei sind. Bis zum nächsten Mal. Aufruf an alle Pferdeliebhaber und Reiter, sich einfach bei Ihnen zu melden für das nächste Event. Muss ja nicht gerade eine Wallfahrt sein, oder? Also wir rufen hier immer am letzten Sonntag im September zur Pferdesegnung auf dem Berg oben. Das ist ausgehend gewesen von einer Ärztin, die auch eine Pferdeliebhaberin war. Die hat das also so fertig gekriegt, dass sie die einzelnen Reitervereine angesprochen haben. Aber diese kommen weniger bei uns, die Vereine, sondern das sind einfach einzelne Reiter, die also hier mit ihren Pferden kommen. Und das Event, das ist für sie also einfach schon etwas, wenn man in einer großen Gruppe ist, ist das was Schönes. Ja, jetzt gibt es hier auch noch etwas ganz Leckeres zu trinken. Ist das ein Warmmacher zum Hochreiten? Also, je nachdem, wie der Einzelne das sieht, wir bieten den Wein immer an. Das soll einfach sein, ein Begrüßungsdrunk. Denn manche sind also schon sehr früh morgens unterwegs. Und bis sie bei uns ankommen, da tut es schon ganz gut, wenn sie etwas zu trinken bekommen. Zu essen, das können wir also nicht auch leisten. Wir sind vom Vorstand mit fünf Leuten, vom Verkehrs- und Heimatverein, die aktiv immer da sind bei der Arbeit. Und da schaffen wir das nicht, mit noch etwas anderem zusammen anzubieten. Aber die Leute sind auch so sehr froh. Und es kommen auch immer nicht bloß hier Leute zum Segnen von den Pferden, sondern auch von den Hunden, Eseln, Papagei war das schon alles. Es ist also im Grunde genommen eine Tiersegnung mehr oder weniger jetzt ein bisschen dazugekommen, nachdem die Pferde etwas zurückgehend sind. Jetzt filme ich mal kurz da drauf, was ist da alles drauf? Da steht drauf, Malsch. Und da haben wir die Kapelle drauf, mit den Trauben links und rechts. Und in der Mitte das Wappen von Malsch, das blaue Teil ist das von Speyer. Und da geht ja durch dieses Fasstürchen ein waagrechter Balken durch. Da geht die Sage, der Bischof wollte hier durch Malsch fahren. Und die haben gesagt, bei uns gehst du nicht durch, du musst außen rum. Und da hat er gesagt, ihr seid nichts mehr wert, ihr seid bloß noch ein Strich durch die Rechnung. Und so kommt also der Sage nach dieser Strich da durch dieses Türchen durch. Alles Gute, ne? Das freut uns, dass wir da heute etwas so in die Öffentlichkeit gehen. Bis jetzt haben wir das immer sehr dezent und ruhig gemacht und nicht nach außen hin. Aber das freut uns, wenn das Interesse findet, nach außen hin. Gut. Und die Frau Würfel, die Bürgermeisterin? Die Frau Würfel kann leider heute nicht da sein. Die ist erkrankt und ich weiß noch nicht, ob ihr Vertreter dann oben auf dem Berg ist. Der hat im Moment noch Wahldienst oben in der letzten Berghalle. Da habe ich ihn vorhin gesehen. Also es könnte sein, dass er dann oben raufkommt und noch begrüßt. Wenn nicht, wird es unser Vorsitzender dann vom Verkehrsneimhandsverein machen. Vielen Dank. Danke sehr. So, dann gehe ich mal weiter. Der Kommandant der Feuerwehr Malsch, Herr Würth, ist jetzt vor uns. Herr Würth, wie ist das Ganze durchorganisiert? Mit allen Eventualitäten? Selbstverständlich haben wir wie jedes Jahr entsprechende Einsatzkräfte im Einsatz, die den Zug absperren oder die Rute absperren. Und natürlich ist auch der HVO in Malsch fort. Und gegebenenfalls können wir natürlich auch Kräfte nachalarmieren, so als es zu irgendwelchen Unfällen kommen. Aber bisher, toi, 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 ging der Zug immer sehr, sehr gut aus. Wie lange geht das Ganze? Das zieht sich so ungefähr bis halb zwölf, je nachdem, wie schnell der Zug vorankommt. In der Regel ist der eigentliche Reiterzug bis rauf auf den letzten Berg in circa einer halben Stunde vorbei. Und dann findet oben die Messe und die Segnung statt auf dem letzten Berg, bevor sich das dann alles in den Tierpark, in die Tierparkrenge in Malsch verlagert. Der Feuerwehr ist die ganze Zeit dabei? Wir sind dabei für den eigentlichen Zug, das heißt die Absperrung der Strecke, bis der Zug sich dann oben auf dem letzten Berg befindet. Wir sind ein Show-Pferd, wir mögen das. Das ist jetzt aber schön. Bitte lächeln. Und wie heißt das Pferd? Lucky. Lucky, sag mal was. Danke für das Interview. Sehr gerne. Bereitschaftsleiter Malsch, Deutsches Rotes Kreuz, der Herr Schlanhofer. Wie sind Sie vorbereitet oder auf was? Wir sind vorbereitet, wir sind mit zwei Kräften hier in der Pferdesenkung in Malsch in unserem Fahrzeug und sind vorbereitet auf alles. Ist letztes Mal etwas passiert? Nein, in den letzten zwei Jahren ist nichts passiert, aber wenn etwas passiert, sind wir da und leisten Sie voll erst die Hilfe. Und wie lange geht Ihr Dienst? Bis wann? Bis zum Eintreffen beim Malschenberger Tierpark? Ja, unser Dienst fängt jetzt hier an bei dem Umzug. Wir fahren dem Umzug hinterher, falls da was passiert. Sind wir an der Pferdesenkung auf dem Letzenberg noch dabei. Und wenn dann zwei Drittel vom Letzenberg runtergewandert sind, dann irgendwann wird unser Dienst zu Ende sein. Vielen herzlichen Dank für das Interview. Gitteschön. 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 Geh, 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 Geh! Geh, Geh! Geh, Geh! Musik Jetzt sind wir hier oben angekommen an der wunderschönen Kapelle. Stellen Sie sich mal bitte unseren Zuschauern vor. Ja, mein Name ist Thomas Macherauch. Ich bin Pastoralreferent und werde heute diese Pferdesegnung leiten. Hier gibt es ja schon viele Jahrzehnte mittlerweile und wir freuen uns jedes Jahr, wenn ganz viele Reiter kommen. Wir haben meistens so 100 bis 110 Pferde und Sie merken, es ist auch nicht immer ganz ohne. Das eine Pferd war gerade etwas nervös. Wir hoffen, dass es auch dieses Jahr wieder gut geht, aber ich bin ganz zuversichtlich. Wann findet das wieder statt? Im Jahr einmal, am letzten Sonntag im September, ganz traditionell. Findet noch etwas statt in Malsch? Ja, in Malsch findet viel statt. Also in der Gemeinde natürlich, Weinstadt-Malsch, da haben wir ganz viele Angebote. Hier oben auf dem Letzenberg die Frühjahrswallfahrt, Anfang Mai, dann im September die Herbstwallfahrt und eben, wie gesagt, am letzten Sonntag im September die Pferdesegnung. Für die Pferdefans, gibt es noch etwas hier an Weihnachten oder zwischendrin? Also im Tierpark, die Tierpark Rentsch, da ist eine immer beliebte Anlaufstelle, da kann man natürlich jederzeit hinkommen, auch mit seinen Tieren. Aber ansonsten speziell für die Pferde und auch andere Tiere, wir haben ja auch Esel manchmal dabei und Schildkröten hatten wir schon mal, Hamster, Meerschweinchen. Speziell die Segensfeier einmal im Jahr. Vielen Dank für das Interview, viel Spaß noch. Aber gern, vielen Dank. Sehr geehrte Reiter und Tierfreunde, sehr geehrte Gäste, als erster Vorstand des Verkehrs- und Hypertbereichs Malsch und in Vertretung unserer Bürgermeisterin Frau Sibylle Würfel, die heute leider krankheitsbedingt nicht anwesend sein kann, sage ich vielen Dank, dass Sie der Einladung zur Pferdesignung 2017 gefolgt sind. Die Pferdesignung auf dem Litzenberg hat eine lange Tradition. Sie wird vom Verkehrs- und Heimatverein Malsch organisiert und findet dieses Jahr zum 55. Mal statt. Ich übergebe das Wort an Herrn Pastoralreferent Macherrauch mit der Bitte, dass er zuerst die Pferde, Reiter und Putschen zur Segnung kommen und danach die Hunde und andere. Ja, Sie haben die Liedblätter bekommen von den Ministranten. Stimmen wir uns ein auf den Gottesdienst mit dem ersten Lied. Erfreue dich Himmel, erfreue dich Erde. Erfreue dich Himmel, erfreue dich Erde, erfreue sich alles, was fröhlich kaum werden. Erfreue dich Himmel, erfreue sich alles, was fröhlich kaum werden. Wer wüsste nicht bei alledem, dass die Hand des Herrn dies gemacht hat? In seiner Hand ruht die Seele allen Lebens und jeden Menschenleibesgeist. Heiliger Michael, bringen wir unsere Bittung vor Gott. Guter Gott, hilf uns die Tiere als Mitgeschöpfe zu achten. Wir bitten dich, erhöre uns. Bewahre die Tiere vor Krankheit, Seuchen und Gefahren. Wir bitten dich, erhöre uns. Schenke uns Freude an den Tieren, die du geschaffen hast. Lass uns von ihnen lernen über das Leben, über uns und über dich. Wir bitten dich, erhöre uns. Brot gib uns heute und ergieb uns unsere Schuld. Wir auch hier vergeben uns unsere Schuld und führe uns nicht in Versuchung. Sondern erlöse uns und erlöse uns. Und der Geist, das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Was er geht, Herr Schüttel. Ich wüsste, ich segne euch Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich segne euch Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Alles Gute. Danke. Ich segne euch Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich segne euch Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich segne euch Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich segne euch Gott, der Heilige Geist. Amen. 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 Ja, ja, ja. 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 Ja, ja.